Wir leben ja hier in einer Universitätsstadt, da können Sie noch viel lernen. Danke, Frau Bundeskanzlerin, für zwölf engagierte Jahre als Regierungschefin, in denen Sie unser Land überzeugend vorangebracht haben. Gerade in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen scheint, brauchen wir Verlässlichkeit und Stabilität, brauchen wir Maß und Mitte. Dafür steht die CDU.